Familie wird für Bastian Schweinsteiger ganz groß geschrieben. Ob Ehefrau Anna, ihre zwei gemeinsamen Kinder oder seine Eltern, der Fußballer verbringt gerne Zeit mit seinen Liebsten. Vor allem die sportlichen Ausflüge mit Papa Alfred sind echte Highlights. Bis auf diese wenigen Aufnahmen bekommen wir Schweinsteiger Senior allerdings kaum zu Gesicht. Das ändert sich nun mit den jüngsten Instagram-Fotos des Fußball-Weltmeisters. Auf dem ersten posiert Bastian mit rotem Kopf in sportlicher Montur. Dazu schreibt er, starke Begleitung bei der heutigen Cardio-Session. Wer damit wohl gemeint ist? Natürlich Papa Alfred. Ein Wisch nach rechts offenbart die Gestalt des Sportlervaters und zeigt auch dessen athletische Figur. Wir müssen allerdings gestehen, beim ersten Blick wäre uns gar nicht aufgefallen, dass hier Schweini Senior vor der Kamera posiert. Gleiche Frisur, gleiche Figur und gleicher Teint. Das Duo könnte sich nicht ähnlicher sein. Bastian ist das Ebenbild seines Vaters. Dass sich die beiden nicht nur äußerlich ähneln, sondern auch noch gleich ticken, beweisen die Schnappschüsse der fröhlichen Vater-Sohn-Duelle. Da wird auch der 36-Jährige ganz schnell wieder zum kleinen Jungen. Ach ja, egal wie alt man ist, Papa ist eben einfach der Größte.